Hallo meine Lieben, heute ein Follow-me-around für euch. Ich zeige jetzt gerade absichtlich auf diese wunderschöne Landschaft. Ja, ich zeige euch nämlich gleich meine wunderschönen Haare. Ich war beim Friseur. Eine kleine Veränderung. Also ich hoffe ihr sitzt. Ich drehe jetzt die Kamera um. Vorsicht. Tatatata. Ja, eine kleine Veränderung. Ich hatte mal Lust auf etwas anderes. Kleiner Scherz. Wir gehen jetzt auf den Faschingszug. Ich nehme euch mit. Und danach wollten meine Kinder gerne zum Bohlen und ich habe gedacht, ich nehme die Kamera wieder mit. Ich hoffe ihr freut euch und ja, ich finde meine Haare ganz toll. Also viel Spaß beim Video. Bis gleich. Hello! Willst du das gerade? Hello! Kannst du mir gerade? Hello! Hallo! 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 So, der Faschingszug ist jetzt zu Ende. Wir hatten total viel Spaß. Ja, ich wurde zwar etwas entsetzt angeschaut, wahrscheinlich wegen meinen Haaren, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall total lustig. Wie ihr wisst, leben wir ja in einem kleinen Ort und da kennt jeder jeden. Und ja, meine Kinder haben ziemlich viele Süßigkeiten dadurch abgegraben. Und jetzt geht's los. Wir fahren eben, wie gesagt, zur Bowlingbahn. Wir müssen etwas über einer Stunde fahren. Die Sonne scheint total schön und wir freuen uns einfach, ja, einen schönen Familiensonntag zu verbringen. Bis gleich! Erstmal so sexy Schuhe geträgt. Oh mein Gott, los geht's! 1, 2, 3, 4! Hashtag die Mama kann kein Bowling spielen. Das Schönste für mich ist es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mit meinen Kindern natürlich. Ja, das Strahlen in ihren Augen zu sehen, zu sehen, wie sie sich entwickeln und was sie so aus sich machen. Und ja, das ist einfach für mich das größte Geschenk überhaupt in meinem ganzen Leben. Hallo Bella! Ja, hallo mein Schatz! Komm! Hallo Bella! Freust du dich, dass wir wieder da sind? Bella! Hallo mein Schatz! Wir sind wieder da! So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es ist halb sieben. Und ja, wie sich herausgestellt hat, war ich heute nicht so gut beim Bohlen. Aber es war trotzdem total lustig. Und ein wirklich schöner Sonntag. Jetzt mache ich noch Abendbrot. Ja, was Kaltes gibt es jetzt zu Abend, weil ich heute Mittag ja schon gekocht hatte. Es gab Rouladen mit Rotkraut und Spätzle. Das hat sich mein Mann gewünscht. Und ich habe mir noch einen leckeren Salat dazu gemacht. Ja, mit Babyspinat und Eisbergsalat und so weiter. Ich liebe Salat. Und ja, die Kinder, also der Lissandro und der Lucky, die machen jetzt in der Zwischenzeit noch Bügelperlenbilder. Das haben sie heute Mittag schon gemacht. Das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss mal. Also bleibt auf jeden Fall dran. Da würden sie sich freuen. Und das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, mein Follow-me-around hat euch gefallen. Mein Sonntag war total schön mit meiner Familie. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier sind jetzt die Bügelperlen, von denen ich euch erzählt habe. Hier sind die Ergebnisse der letzten Wochen. Wie ihr es sehen könnt, mögen das meine Kinder total gerne. Hier haben wir verschiedene Formen. Dann haben wir ganz viele farbige. Wir haben sogar leuchtende Perlen. Und ja, meine Kinder lieben es. Die sind jetzt erstmal beschäftigt, während ich Abendbrot mache. Und ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das von euren Kindern kennt. Ob die das auch mögen vielleicht. Also wir kennen es ja vom Kindergarten. Und deswegen haben wir uns dann auch einiges zugelegt. Ist ja klar, wenn die Kinder das gerne machen, warum nicht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.